Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 263. Folge der Honigwerbe und damit auch willkommen an meinen geliebten Co-Host Kasper. Ja hallo Schlomo, spannende Folge kann ich jetzt schon sagen. Jetzt zieht sich rein, folgt Like und nicht vergessen. Jedes Like ist ein abgeschwommener Islamist. Haut rein. Und damit kommen wir zu neuen Erkenntnissen über das Abstimmungsverhalten der Deutschen, konnten ja nur Deutsche abstimmen bei der Europawahl, insbesondere der westdeutschen Muslime. Bei denen wurde nämlich neben dem BSW stärkste Kraft, also zusammen mit dem BSW, beide auf 17 Prozent, was auch schon interessant ist, also seitens der Muslime scheint man sich recht sicher zu sein, dass keine Abschiebung nirgendwohin und Bekämpfung von Alltagsrassismus weiterhin das Credo von Amira Mohammed Ali, der Chefin vom BSW ist. Neben denen wurde die DAWA stärkste Kraft, was die muslimische Partei, die islamische Partei, die Erdogan nah ist, AKP nah quasi von denen initiiert wurde, wie man das so liest. Die hat abgeräumt neben dem BSW und ist auf Platz 1 gelandet. Was interessant ist, die linken Mainstream-Parteien, CDU, SPD, Grüne und FDP haben zusammen keine 50 Prozent mehr bekommen. Zusammen auf 46 Prozent, AfD bei 3 Prozent. Das heißt, CDU, SPD, Grüne und FDP haben jetzt deutlich weniger als bei der Wahl davor, 2019, noch alleine die SPD und die Grünen zusammen hatten. Die hatten damals quasi ein Monopol auf muslimische Stimmen. Die hatten zusammen 53 Prozent. Mehr als die Hälfte. Die hätten zusammen, wenn es nur Muslime in Westdeutschland gäbe und die westdeutschen Muslime nur abstimmen würden über die Europawahl oder sagen wir, dass wir eine Bundestagswahl gewesen hätten, die zusammen eine Koalition bilden können. Und das wäre so durchgegangen. Die haben seitdem im Falle von der SPD 19 Prozent verloren und im Falle von den Grünen 14 Prozent. Hier wird auch noch erwähnt. Das ist für uns ein recht gutes Zeichen, oder? Ja, es heißt im Grunde genommen, dass die Feindkoalition aufbricht. Dass sie jetzt halt die Möglichkeit haben, eine explizit islamische Partei zu wählen und nicht nur eine, die... Problem offensichtlich macht. Ja, exakt, exakt. Ja, nicht nur eine, die mehr Geld und mehr Macht für Migranten aus Kalkül und aus feindseligen Absichten gegenüber der Mehrheitsgesellschaft durchwinken, wie etwa die Grünen. Ich meine, damals, 2019, hat offenbar dieser Spagat zwischen Dingen, die ja eigentlich Muslimen zuwider sind, wie sexueller Vielfalt, Feminismus und ja, dann auf der anderen Seite Sachen, die Muslimen mögen, sowie offene Grenzen, mehr Geld und Macht für Migranten und so weiter. Das hat damals noch funktioniert und in der Kosten-Nutzen-Rechnung am Ende die Migranten dazu gebracht, sie zu wählen. Das jetzt nicht mehr in derselben Form, wo Degeneration noch mal deutlich weiter durchgedreht ist und wahrscheinlich dann auch, ja, muslimische Eltern häufiger selber irgendwelche Kontakte damit gehabt haben. Das ist nämlich ein Kernpunkt, von der da war, dass die Degeneration aufhören soll an den Kindergärten und Schulen. Steht in ihrem Wahlprogramm, kommen wir gleich noch zu. Und ja, jetzt haben wir halt eine direkte islamische Interessenvertretung für Muslime, die einen interessanten Namen hat, wo man merkt, dass sie immer noch sich in der Öffentlichkeitsarbeit im linken Framework bewegen. Also sie wissen, wer hier die Hosen anhat. Das sind eben die Bärbox dieser Welt. Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch ist das Kürzel. Dawa, dafür steht es. Und ja, Vielfalt, wieder ein Trägerwort halt für mehr Migranten, eigentlich halt ein anti-deutsches. Man muss auch sagen, Dawa, im Arabischen, in Deutschland wiederum mit Wege geschrieben, ist auch das Bekehren von Andersgläubigen. Also Street-Dawa machen heißt, ich gehe auf die Straße und sage so, ey, willst du nicht zum Islam, kommen wir den und so. Das ist passenderweise, und ich bin mir ziemlich sicher, im Türkischen, das ist kein Zufall, das wird etwas Ähnliches bedeuten. Ja, ich denke, das hier passt grob unter dem Begriff Takir. Es geht darum, den Nichtmuslimen, in dem Fall den hier herrschenden, liberalen, linksliberalen, Nichtmuslimen vorzugaukeln. Man wäre einer von ihnen oder würde mit Ernsthaftigkeit sich auf ihre Grundwerte beziehen, wie man sich so nennt, mit Diversität, Vielfalt und so weiter und so fort. Ja, aber ich meine, was heißt denn Vielfalt? Also wenn du den politischen Begriff Vielfalt im Wörterbuch beschreiben dürftest, dann würdest du doch da reinschreiben, es heißt Umfolgung. Ja. Genau das meinen sie. Ja, wobei... Und genau das meinen die hier auch. Ja, wobei der Liberale damit meint, wir müssen deutschen Nationalismus präventiv komplett ersticken, dadurch, dass es überhaupt kein kongoentes deutsches Volk mehr gibt, das nationalistische Interessen ausbilden könnte. Und die ersticken wir halt in Migranten aller möglicher Couleur, das sind dann in der Regel Muslime, klar. Und ich glaube, die mögen es auch ganz gern, dass die halt so dominant auftreten, dass die deutschen Kinder halt an der Schule keine schöne Zeit mehr haben und so. Aber das Endziel ist halt eigentlich das identitätslose Wesen. Auf jeden Fall, was solche Identitäten angeht. Während die da war, die Vielfalt halt mehr straight up, so wie auch wir das sehen halt, will. Also die Vielfalt im Sinne von mehr Muslime und die Muslime haben hier das Sagen. Tja, in ihrem Parteiprogramm hangeln sie sich auch von einem linken Talking Point zum nächsten. Sie haben einen eigenen Teil für Antirassismus und für Islamfeindlichkeit, beides nochmal gesondert voneinander. Die lesen sich ziemlich ähnlich. Sie fordern Affirmative Action, also dass man muslimische Migranten und muslimischstämmige Leute hier gezielt in hohe Positionen reinbringt. Sie fordern Zensur von deutschen Nationalisten, Zensur von Islamgegnern, Migrationsgegnern. Sie fordern, um mal etwas ein wenig offener Islamistisches zu nennen, dass die Richtlinien, die es noch gibt, was Schächtungen betrifft, gelockert werden aus Gründen der Religionsfreiheit. Unter dem Punkt, das war gerade der Punkt Rassismus, Islamfeindlichkeit fordern sie, dass an Schulen der Islam gelehrt wird, verkauft wird den Schülern als integraler Teil von Deutschland. Also nochmal quasi eine Schippe drauf auf das alte Wulff-Zitat, integraler Teil von Deutschland. Sie fordern nochmal Zensur, sie fordern, dass Islamfeindlichkeit nicht geduldet wird, das führt zu Gewalt und oh, wir sind eine stigmatisierte Minderheit, halt Takir. Hey, ihr Linken, tut uns nichts, wir agieren in eurem Framework. Und sie fordern, Zitat, Diversität in Medien und Ämtern. Also Macht. Sie fordern, dass ihre Leute da reinkommen in hohe Positionen. Tja, inhaltliche Unterschiede zu Rot-Rot-Grün sehen wir, etwa in der Bildungspolitik, wie ich gerade schon angeschnitten habe. Cross-Dressing an Kitas soll zu sein, Sexualerziehung generell soll zu sein an Kindergärten und Schulen, eben weil sie wissen, dass die nicht in ihrem Sinne ausfallen würde. Weil die, also wenn du da irgendwie beibringen könntest, das Mädchen hat einen Kopflucht zu tragen ab Alter X oder so, fände ich jetzt wahrscheinlich ganz okay, aber momentan obliegt das halt den wahnsinnigen Liberalen und die spielen dann mit deinem vierjährigen Kind Cross-Dressing, was ich mir übrigens nicht ausdenke. Also habe ich schon ein paar Mal gebracht den Punkt, das hier ist aus dem Bildungskoffer vom Bundesland Sachsen-Anhalt ein Spiel, das man mit vierjährigen Kindern spielen soll, wo man den Jungs nahelegt, Mädchenklamotten anzuziehen und den Mädchen in den Jungs, Jungs Klamotten, damit die mal eine neue geschlechtliche Identität ausprobieren können. Da sind die halt auch gegen. Und interessant ist auch, sie fordern Türkisch als Fremdsprache an den Schulen. Sie reden von Verständigung und die Leute näher zusammenbringen. Ich würde vorsichtig raten, es geht ihnen nicht darum, dass der Jonas Türkisch lernt, das wird auch nicht passieren. Es geht ihnen darum, dass die Türken an den Schulen einfach eine gratis Eins bekommen. Ich hatte an der Schule damals auch einen Mitschüler, Russischstämmig, zu Hause Russisch gesprochen, die halt immer eine Eins eingesagt hat in Russisch. Weil er halt besser Russisch gesprochen hat als der Lehrer von diesem Fach. Und ähnlich sähe das da auch aus, halt einfach eine gratis gute Note für alle türkischen Kinder an den Schulen wollen sie. Dazu übrigens auch noch Arabisch, Persisch und auch Ukrainisch. Also das mixt man da wahrscheinlich rein, um das etwas schmackhafter zu machen für die Liberalen. Tja und als letzter Punkt, sie sind nicht transatlantisch. Sie sprechen hier insbesondere den Iran und als Verbündeten davon Russland an. Also zusammenfassend kann man sagen, Hauptfokus von der Partei liegt etwas offener und in dem Fall halt aus der wirklichen Motivation, ohne ein anderes dann Endziel, das man sich vorstellt, islamische Dominanz auszuweiten. Ja, Ausweitung von muslimischer Dominanz, Ausweitung von Geldmitteln aus der allgemeinen Bevölkerung, die der muslimischen Gesellschaft zugespielt werden. Die Muslime sollen in höhere Positionen kommen, sollen die Ämter besetzen, sollen Richterposten besetzen und so weiter und so fort. Gleichzeitig noch härtere Bekämpfung von deutschem Nationalismus als ernstzunehmendsten Gegner, den sie momentan haben, der tatsächlich dann auch an der Demografie etwas ändern könnte. Und das ist am Ende der Schlüssel zum Sieg, das wissen auch sie. Aber gleichzeitig halt kein Cross-Dressing mehr an den Kitas, keine Sexualverwirrung mehr da und Transatlantikertum soll zu sein. An sich eine positive Entwicklung, dass wir klarere Verhältnisse haben, dass nicht mehr abzustreiten ist, welches Dominanzspiel hier passiert und vor allem, dass das liberale Kernversprechen, wir werden dann alle eine Familie und wir lösen die Trennlinien beiderseitig auf. Ich meine, Folgendes, von den europäischen Gesellschaften war es nur möglich, ihr Nationalbewusstsein, ihren positiven Bezug auf ihre Abstammung und so weiter in der Form auszurotten, wie es passiert ist, weil man ihnen in psychopathologischer Art und Weise Schuld eingeredet hat für das, was sie sind. Das ist, was du tun musst, um diesen integralen Teil vom Menschen wirklich aus ihm rauszubekommen. Das ist, was du tun musstest mit Muslimen. Versuch das mal als irgendeine Kartoffelschule mit Muslimen zu machen. Ihr Mittel dafür ist, das habe ich schon mehrfach in Welt TV und diesen, ja dann, Good Cop liberalen Sendungen gesehen, wir müssen denen mehr über den Holocaust erzählen. Also, wir müssen dem Ahmed erzählen, dass der Opa vom Klaus super gemein zu den Nasenmenschen war. Dann werden die aufhören, die Nasenmenschen zu hassen und dann werden die anfangen, ja, zu sehen, dass wir Nationalität und Religion und so weiter überwinden müssen. Das ist eigentlich deren Endplan für die. Das wird nicht funktionieren, das bildet sich mehr ab. Und allgemein, dass eine neue kleine Front aufgemacht wird für die Liberalismus-Achse. Vielleicht soll ich das mal kurz zusammenfassen, was ich damit eigentlich meine. Also, Liberalismus benutze ich als Wort, um eben die Jan Fleischhauers, die Welt TV-Korrespondenten und so weiter, unter einen Hut zu bringen mit den Tarek Tesfus und den völlig irren Woken, weil sie einen gemeinsamen Gedankenstrang sich teilen. Und zwar, der Mensch muss freigemacht werden nach den, ja, Vernunftwesensgrundwerten, den Werten der Aufklärung, freigemacht werden von archaischen Vorstellungen, archaischen religiösen Vorstellungen von nationaler Identität, kultureller Identität, geschlechtlicher Identität. Der Mensch soll nur noch ein Mensch sein. Und alles, was ihn ausmacht, woraus er wirklich starke Identität bezieht, sollen Dinge sein, die er sich ausgesucht hat. Das ist der Kerngedanke der Liberalen. Und da treffen sich eben die Tarek Tesfus und die Jan Fleischhauers und Ulf Broschatz dieser Welt. Das teilen die sich, dieses Mantra. Und dieses Mantra wird eben in die absolute Scheiße aus gerade genannten Gründen führen. Es führt dazu, dass wir einfach nur einen Thorsten ohne jedes kulturelles Immunsystem erschaffen, der tatsächlich denkt, der Mensch wäre so ein, ja, keine Ahnung, wurzelloses Blatt, das im Wind rumweht und so lebt. Und dann trifft auf eine aggressive Gruppe mit einem starken identitären Selbstverständnis und starker Identität aus ihren Wurzeln. Und dann von ihnen misshandelt wird bis zum Gehtnichtmehr. Das ist, was in der Realität dann passiert. Deswegen ist das schlecht. Das ist einer der Gründe, aus denen das schlecht ist. Und ja, ich finde es gut, dass diese Liberalismusachse eine neue Front damit hat, dass sie, was die Welt-TV-Teile von ihnen schon mehr machen, die Tagesschau und Taz-Teile weniger auch die Muslime als Gegner anerkennen müssen. Auf jeden Fall den Großteil von ihnen. Und sie dieser Kampf hoffentlich auch ein paar Körner kosten muss. Denn erneut, diese Liberalismusachse, dieser Gedankenstand, dass es ein gutes Projekt wäre, Nationalität, Kultur, Abstammung, Geschlecht zu etwas Bedeutungslosem zu machen, ist der Grund, aus dem die Muslime überhaupt in relevanten Zahlen hier sind. Und deswegen ist das der Hauptgegner. Gesprochen wie ein Gelerterschnummer. Tja, das wär's damit. Ja, hat mir wieder großen Spaß heute gemacht. Danke für eure Aufmerksamkeit. Sehen die Zuschauer dich am Donnerstag? Zu 99 Prozent, ja. Und ja, uns beide zusammen seht ihr dann auf jeden Fall wieder am nächsten Sonntag live um 18 Uhr, wie immer. Bis dann, haut rein und macht's gut. Bis denn, ciao, ciao. Ciao. Okay.